schon los ja nur herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fertz im Konflikkanal Mokan Böhn Mokan Mokan Deluxe Deluxe ladies and gentlemen, Mokan Deluxe Ich muss mich entschuldigen, hat die ersten zwei Sekunden der Anfangsphase nicht gesehen Das geht gar nicht Schande Ich muss mir gerade noch die Haare richten, tut mir leid Die Haare richten, weil du auch deine Felskammer hast Ja, genau Die werde ich jetzt oben links einblenden Und jetzt gehen wir aus Confirm Confirm Ich glaube, ich stelle euch mal ein Ding hin Ja, stell uns mal ein Ding hin Es bleiben fünf Sekunden, die Position der Geisel ist bedroht Zwei Rüstungen Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel Ab dem Minus Ja, ihr habt das Ding noch gefunden Ich geh raus Oh, ich steh hier noch einfach Mute mitnehmen Okay Hier, mach dir noch eine Barrikade hin Danke Lotja Da ist einer Für Mario Ein Cheater Ist Dann gut Ja, der ist gut Fenster hängt keiner mehr Du meinst ein Hacker Da hat er gesagt Oh, Auffall Steht auch gut Ist der Spiraltreppe gewesen, Berndi? Da ist er Ja Bug wahrscheinlich Okay Wir mussten aufgefärmen heute bei uns da Ich höre dich Ich höre dich Keine Ahnung Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen Oh lord, der liegt am Boden Der liegt am Boden Der liegt am Boden Wo ist das? Oh lord, Alter, WTF, ey? Der hat eskaliert schnell Ich hab den aber noch mitgenommen In der Demo hat Daniel auch noch einen Headshot gegeben Ja, aber er hat mir auch einen gegeben Ja, aber wir haben uns trotzdem Headshot gegeben Ja, wir haben uns gegenseitig gekillt Wo auch geil das der am Anfang sich gleich ist, sein Kumpel mit der Breach Charge weggeräuert ich glaube, sein Kumpel war einfach zu inkompetent und war an der Breach Charge dran, dann würde ich den auch wegmachen wenn einer an meine Breach Charge reingeht dann mache ich den auch weg alle erst mal an die Breach Charge, habe ich gehört Breach Charge, mach gerne mach gerne, dann mache ich die aber weg Koopa holt die Twitch Drohne ok, und Koopa will A spielen na stimmt, na stimmt Koopa spielt, nein A stimmt, Twitch war auch noch Twitch war auch noch eine Option mehr spiele ich nicht, weil ich die gut kann, sondern wir in die Bärne Arsch ne die Asch, ne deswegen hat Banny den Anfang der ganze Zeit gespielt er hat sich immer auf der Asch einen runtergeholt ist doch confirm, Alter, Banny ok, oben in diesem Eckraum oh, dann können wir schön vom Dach richtig geil runtergläßen hi, Kollegen hi und hier ist Sub und hier ist Jung und Sub die Hamburger Sub sind hier, ladies and gentlemen oh, Mann 10 Sekunden oh yo, der hat auf jeden Fall schon mal einen seiner wo wir hatten Banny romsen rum ok, und Banny schaut sich die Landschaft schöne Landschaft verwirrt Banny oder kann Banny wieder nicht reden diese schöne Landschaft doch, doch war er geplant aber es ist, es ist schon ein schöner Bus muss ich ja sagen also also, gut verarbeitet und so ne, Banny hat sich gedacht, wir haben das Ding gefunden ne, Banny hat sich gedacht, wir haben das Ding gefunden ne, hebe ich die Drohne einfach auf ja, richtig weißt Banny Sub, lass mich mal da muss ich nur kurz zurückfahren, Sub sehr schön haha, das hat doch, da ist mein Schild zu hochgezogen ne, was ist, wenn du das Ding mal aufschießt von hier oben, Sub Moment, Moment weißt du, was wir machen? schieß da mal auf ja, hatte ich vor ja das war mein Plan ich folge dir ich folge dir ich hab ein Scheidern oh, da war einer guck, guck oh, der ist tot weißt du was, Kopa? oh, Frost Frost, ja lass es mal ich will jetzt mal die kann jetzt da halt überall in alle Richtungen da jawoll das war aber noch nicht Frost das war noch nicht Frost und? safe? da unten ist doch irgendwo Frost mh, da ist alles voll an der Seite hier aua Schadenbekommenreich oh, da hat jemand eine Frostfalle richtig da hat jemand eine Frostfalle richtig smart in dem, in dem Schockdraht versteckt in dem Draht eine Komponente ist der geflogen ist der geflogen die rapen wir ganz schön, ey ups nein die ist da nicht das draußen vor der Tür wo ist die? warte, ich hol, hol sie dir gotta catch em all gotta catch em all vor der Tür in dem Spiralgang tschüss so da war sie ja, durchs 7 die hat mich beim runter ich wollte sie kopfüber beim runterseilen wegknallen aber die war schon eh neu also beim abseilen? ja, beim abseilen wollte ich sie wegknallen ok hätt's geile Lesben-Action gegeben mit Ash und Frost das war ein hallo, Twitch hat auch ne geile das war irgendwie ein bisschen easy? rape? raping Twitch und Frost-Action ein bisschen viel raping ja, ich war Frost ich komm schon mal Ego, Lulz vor allem das sah so gut aus er kam rein, läuft einmal um mich rum und schlummt und wurde um mich noch gar gekillt ja dann würde ich was anderes ich war auch schon auf Frost drauf na, ok, Vanny war auf Frost ja jeder war auf Frost ja, nee, der Unterschied dazu ist aber Koopa hat zwei Kills und du hast null oh oh, shoot feuernderstraubuster, feuernderstraubuster ok, jetzt vergeht uns das Lachen macht mal die andere Fenster zu jetzt werden wir gerapet gut, dann mach ich ja, ich kann nicht, weil Vanny davor steht auch ok Vanny, mach mal die Tür zu äh, Fenster ja, und... wo wurde es entdeckt? wo kann ich denn jetzt hier kein Mut hinstellen? wegen der Rüstung weil der scheiß Rookscheiß da liegt echt, ey scheiß Rookscheiß, ey Vanny passiert den Rook immer richtig geil scheiß Rookscheiß, Alter so was willst du machen, Digo? so, darf ich noch mal raus? äh, verpasst du von dem alles tot? Kopa, da... ja Kopa, da können wir es ja theoretisch auch mal vor die Fenster legen Leute, ich würde sagen eigentlich maximal zwei da in den Raum, oder? ja, zwei in Reinforcement ja, komm, klingt gut ich geh raus ach, komm, klingt gut ich geh raus, ok das war jetzt kein Aufruf, dass alle rausgehen alle raus alle raus aus Deutschland mach da irgendwie eine Bache gerade in Darwin wir wollen ja auch noch Reinforcement, Mann ja, ich hab noch ja, mach doch, ey Leute, tut doch mal euerli ich hab das mal gekapkannt also, Bernie, ich würde jetzt nicht hier ich würde durch... ich schau, Cam, schau durch dein Fenster durch Bernie, beweg dich mal weg ich muss dich Reinforcen kannst du mal die aktuellen Dinge machen dann kann ich... alle sagen Bernie, 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 Gott Bernie, Bernie, Bernie Bernie, 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 Bernie durch den Aufruf kommen jetzt welche rein, Bernie ich würde jetzt, äh, Bernie, ich würde jetzt Bernie als Bernie mal durch... jetzt halt's machen kann einer, ob... Steps hören kann einer mal gucken, ob die Kamera draußen noch da ist zum Beispiel Bernie oder so boah, Leute ist es nicht mehr lustig irgendwo ist der Punkt, wo es einfach nicht mehr lustig ist ok, Bernie Ich hab, äh... Oh Gott Oben vom Tre... Treppe... Oh Oben am Fenster, Aufer Ja, dann machst du weg Ne, Daniel ist schon wieder tot Nö Alles safe Noch nicht Tschüss Spiraltreppe oder was? Da war er am Fenster, den haben wir übergekillt So Alter, ich durchsucht das ganze Gebäude mit den Camps und nirgendwo hinten Ist ein Shit Ah, jetzt kommt's der Haupteingang Haupteingang Hier sind zwei Ist er... Ja, da hinten Nicht vorne der Haupteingang, Junge Nicht bei der Waterstühle So Also der bei der Wendeltreppe Haupteingang Ja Da, wo die Homobomben sind Ja, ja, ja Ich hab's selbst niemals gehört Ich zieh Ich... Ah, ich seh einen Da ist er Ah, Ash ist vorne am Haupteingang Ja Also bei der Stühle Ja, der ist... Äh... Einer ist jetzt da Darf ich doch ab bei den Stühlen Ja, jetzt ist Ash da Einer ist da beim Keller Zwei sind im Treppenhaus Da und da Benni, schau doch mal durch hier Ich mag sie ständig Der andere ist da Da... Einer im Tür... Einer im Tür Der rennt dir hinterher Mir? Ja Benni, ich werd jetzt durch das Fenster schauen Da ist die Ash Ja, ich hab mal 11 Garage ist keiner Ok, cool Haupttraum sehen wir auch keinen Garage ist Ash Auf jeden Fall der Ru... Äh... Ash ist immer noch bei den Stühlen da Auf jeden Fall der... Einer ist auf jeden Fall Garage gerade irgendwie Aber Ash nicht Garage ist leer Ah, der Rekrut ist wieder am Eingang Der Rekrut ist wieder am Eingang Der ist wieder, äh... Wendeltreppe Ander... Direkt an der Wendeltreppe Er hat schon mal einen Eingang Ist jetzt wieder... Ist jetzt wieder im Raum Da guckt er auf die Cam Und jetzt wird's erst kaputt Guckt nach oben gerade Ratiere C4 Ups Die bringt nix Der ist da, sieh sie Komm, renn mir hinterher C4 64 Fenster Nein! Loll Kopa Nicht... Dein Ernst Good job Nice Kopa Huiiii! Genau in dem Moment wo ich gedrückt hab Das ist doch dick also Well done! Genau auf den Kopf der Geisel ungefähr Ja, well done, weißt du Wir rapen... Wir rapen Wir rapen die hier, ey Und die wollen uns hier verhüllen, Alter Ich... Wisch mit euch... Mit eurem Arschloch jetzt mein Zimmer auf Thanks for the win! Oh... Oh, wir sind ja schlechte Gewinner, ey Na, wenigstens hab ich die eine Schiff im Fenster gekriegt, na egal Das ist mal schönes deutsches deutsch geschrieben Leute, das gibt's ein erstes Mal und So'n fader ich auch noch nie, also Ficken wir die jetzt Doppelsorte für Erstmal in die Garage Und in der Garage ist nichts Deine Drohne blockiert mich Ich hör aber in der Garagenähe irgendwo ein Was? Da ist es irgendwo rum, sondern Nötenkeller ist leer Ich glaub oben irgendwo Ich glaub gleicher Raum In der Garagenähe, ja Oben irgendwo Ich fahr mal oben Es war halt... Es war halt... Es war halt in der Gegend... Es war halt in der Gegend des Treppenhauses, Alter Also... Keine Anzahlung Ach... Ohm... Das Zimmer... Ohm... Ach, das Zimmer... Na dann... Ah, ja... Na gut, der weiße... Du musst auch schon Reinforcements sehen werden Du musst du win! Wie er dich messern will Geisel in dich Ist meine Drohne noch da? Meine, ja... Äh... Meine, so... Ah, das war wieder... So ne... Klöche Bernie Beschraubung Da oben... Wenn wir schon die Geisel gekriegen, dann könnt ihr die Geisel doch auch gehen, oder? Komm... Komm... Gehen los, ja... Ach, schade... Alter, wir... Wir haben direkt neben die Geisel geschrotzen, oder? Ja... Ist echt so... Kann man mal machen... Lol... Ist das neu, dass die Bäume... Alter, sie haben die Geisel da geschossen! Ist das neu, dass die Bäume hier draußen brennen? Hm, das ist schon ne Weile... Die schauen nur so aus... Hä? Die brennen doch! Das schaut doch nicht so aus! Die brennen wirklich bärenhart! Ist da einer? Links nicht! Da aber! Da ist einer! Direkt am Fenster! Verletzt! Hallo! Hier ans andere... Fuck! Aua! Geradezu so einer's hab! Hinten durch! Ah fuck! Ja, ich müsste grad nachladen noch! Tashanka hockt da! Ist der hinten durch oder was? War das der, der mich angeschossen hat? Hinten durch? Ja... Ne, das sitzt links! Das sitzt quasi auf der anderen Seite vom Fenster! Da... Hinter dem, wo du bist! Tashanka! Ich müsste grad nachladen, sonst hätt ich dir noch gekriegt! Sitzt du da mal in der MG oder was? Ne, der hat gehockt! Ah fuck! Genau, der hinten durch hat der gehockt! Ah, der ist doch tot! Ich lieg! Ja! Kann da Bernie mal hin oder so? Bernie ist am Arsch der Welt! Wo ist denn der? Ah, jetzt haben sie mich gekillt! Bernie ist ekro! Ah, da war noch... Oh ne! Ah, scheiße! Wir haben nicht... Wir haben nicht... Ah, hindurch war der... Ah, ich hab nicht gesehen, dass da noch einer lag! Ah, glaub ich! Aber keine Granaten werfen, Cooper! Ich spottet den! Ich hab keine Granaten! Ja, trotzdem! Okay! So! Du bist grad im Bett, Karma! Was ist denn? Da hinten! Äh, da wo Sub ist immer! Da! Ich mag ihn dir frisch! Hinten im Eck quasi! Da hast du ihn gesehen! Jo! Ne, du bist noch weiter drüben! Biss noch weiter drüben! Genau in meiner Ecke! Achtnach Strom, Bernie in der Nähe! Ja, genau! Schneller! Ja, ich kann nicht schneller! Ich kann nur so schnell wie ich... Ne, ich meinte den, wo er die Geisel hat! Ja, sag ich ja! Ach so, ja! Das Spiel kann nicht schneller! Ich kann nicht schneller, wenn das Spiel nicht will! Ja, dann... Facts photo, jawohl! Fotzen! Puh, Unsinn, ey! Easy! Wo war's doch denn in der vergangenen Koffer? Deswegen können sie mir auch die Eier lecken, ey! Erstmal schön flamen, ey! Ja, Daniel! Alright then! Erschlichen! Ich würd sagen... Was immer! Wir sind mit dem... Thanks for the win durch! Wir sehen uns dann! Bis dahin! Ciao! Tschüüü! Ciao!